Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Wir sind immer noch in der Mien unterwegs, aber es geht dem Ende entgegen. Wir können eh nicht mehr Dolphy mitnehmen. Ich würde mal sagen, ein Eisenproblem haben wir jetzt momentan nicht so unbedingt. Oh, eine Truhe. Wollen wir da was liegen lassen? Achso, ok. Hey. Können wir noch zwei mitnehmen? Vier Stück. Jut. Oder auch nicht gut. Das können wir dann zwischendurch immer mal wieder machen. Ich denke mal, das reicht dann erstmal für diese Tour. Will ich nicht. Und ich habe den Timer wieder nicht gestartet. Was bin ich denn für ein Depp? So, erstmal auspacken. Haben wir ein bisschen mehr Erde? Nur noch zwei Blöcke, ey. Wollen wir die mal gleich wieder ins Feld rein. Das Tor ist zu. Warum ist der reingekommen? Eigentlich, da hatten wir noch noch Zähne drin. Oh, ich bin ja auch im Depp. Packe ich die mal mit zu? Das nehmen wir auch mal mit. Das Problem ist, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo das Wasser-Ding war. Oh, da gehen wir gleich nochmal rein. Bock hätte ich ja eigentlich schon. Holz-Zack-Zack-Zack-Zack-Fünf. Special-Steine. Überhaupt-Steine. Ein paar Facken müssen wir auch mitnehmen. Gehen wir nochmal runter. Gehen wir nochmal runter. Ich glaube ja. Gehen wir nochmal runter. Und ich bin in. Und ich bin in. Ja. Ich bin in. Ich bin in. Wagen wir es nochmal. Ach, eine Schere wollten wir doch mitnehmen. Ach, lassen wir es eingehen, machen wir das nächste Mal. Hoffentlich denke ich dann dran. Hm? Ja. So, wir waren hier unterwegs. Wow! Sag ich nicht, wir haben jetzt entweder hier noch eine Höhle. Hört sich wieder weiter weg an. Hier ist aber irgendwo auch Lava. Jetzt muss ich mal ein bisschen drauf achten. Hm, kann ich nicht gerade so ausmachen. Habe ich jetzt auch keine Lust großartig noch zu suchen nach. Dann ist der Tunnel ja auch soweit durch eigentlich. Ups! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist das jetzt die gleiche Hülle die wir eben gesehen haben? Jetzt sagt mir momentan alles gar nichts hier. So normale Gänge nach unten gibt es hier auch überhaupt nicht, ne? Na gut, dann müssen wir uns für irgendwas entscheiden jetzt mal. Am besten wir bleiben hier mittig. Und machen erstmal eine Folgenpause, ich bitte bedanke mich. Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!